Willkommen in diesem schicken Ford Focus Trend mit dem neuen EcoBoost Motor. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor ist Schadstoffarm Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Dank niedrigstem CO-Ausstoß fällt die Steuer sehr günstig aus. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und in Wagenfarbe lackiert. Fünf Türen erlauben bequemes Ein- und Aussteigen. Auf der Rückbank gibt es Isofix-Festigungspunkte und Dreikopfstützen. Zu den 16 Zoll Sommerrädern gibt es noch ein Reserverad Notra. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die bequemen Polster mit hell- und dunkelgrauen Bezügen bieten viel Komfort auch auf langen Fahrten. Fußmatten gibt es bei uns dazu. Für Ihre Sicherheit stehen sechs Airbag, ABS und ESP parat. Die Klimaanlage mit Pollenfilter bietet stets gutes Raumklima. Zum CD-Radio gehört auch ein USB-Anschluss und eine Lenkradbedienung. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Komfortabel und geräumig. Mit diesem äußerst günstigen Fokus werden Sie viel Spaß haben. Der neue EcoBoost Motor macht sehr viel Spaß und hat einen sensationell guten Schadstoffausstoß. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Probe. Das Team von Bismarck freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020